Herzlich Willkommen Leute zu einer neuen Folge Culling mit Kundran, der heute länger geladen hat als das Spiel gedauert, also... Als das Spiel gedauert hat? Ne, ich konnte schon rumlaufen, bevor du mir als Teampartner angezeigt wurdest. Ja, ich hab's gesehen, als ich reinkam war auf die Kiste so gesehen schon offen. Er könnte daran liegen, dass mein Renderprozess zwar abgebrochen ist... Neben mir hat er einen Airdrop gerufen, direkt neben mir. Ich bin zu weit weg, aber versuch's. Der hat Instant Airdrop gehabt, wenn's sowas noch gibt. Ja, naja, es gibt halt hier, dass du hier in 15 Sekunden landest und dann kannst du den ja direkt abschießen. Ja. Ich hab einen Moment weg und ich hab einen Steep, aber ich lauf jetzt zu dir. Ja, ich kann noch ein bisschen weglaufen, wenn er kommt. Also ich bin immer noch bei ihm genau in der Nähe. Er ist auch bei mir. Ich kann nur noch grünen ausschauen, mehr mal eigentlich. Ich hab einen Kiva gefunden. 99 Meter plus, ich kann also erstmal looten. Aber wir können danach direkt trotzdem Action machen. Gucken nur, was es hier noch gibt. Ich hab schon die dritte grünen jetzt gefunden. Vielleicht hast du ja auch was für mich. Einer hat, glaub ich, auf der Brücke, glaub ich, was gerufen. Die wurde auch runter gemacht. Aber nur auf einer Seite. Ich hab einen Kiva über und ich hab... Hä? Suchst du mich? Bei mir wird angezeigt, dass bei mir zwei Item-Slots nicht da sind. Aber ich hab auf dem vierten Platz was. Uh, du bist ja doch noch weiter weg. Also... Ja, ich bin noch... Hier ist übrigens eine rote Kiste. Hinter dem Airport ist eine rote Kiste. Ich misch mich mal in einem Kampf ein. Ja. Oh, das ist ein Dreierkampf. Aber das ist ein bisschen blöd. Wer ist der Einzelne? Das muss ich schnell erkennen. Das Team ist leider noch voll. Ich hab einen vom Team gekillt. Schön, 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 schön. Er blockt durch, lol. Dann hol ich mir jetzt den Einzelnen. Ich bin gleich da. Ja, wobei, du läufst von mir weg. Also bin ich nicht gleich da. Das ist richtig, aber ich lauf nicht ganz so weit weg. Ja, ich... Der andere kommt auf mich zu. Ich hab noch eingekillt. Äh, ich hab einen gekillt. Ich komm jetzt zu dir dann. Ne, der will auch noch kämpfen, oder? Ich hör den bei mir, Conan. Der ist bei mir. Ja, hier unten. Ja. Der ist übrigens nicht trackbar. Nice, ey. Gib mir mal wieder eine gute Zweier. Den runter kannst du haben, wenn du noch keiner hast. Achso. Ähm. Hier hast du den Speer. Eigentlich bin ich nur Bodyarmor. Ja, droppt er nix. Droppt er nicht mal den Cleaver. Achso, ja, warte. Dann kannst du... Wo ist der Scheppchen? Ist nicht da. Ob man den Cleaver hier auch die Pappen drauf? Boah, schön das Zweierteam da play ich gemacht. Und den Kill noch bekommen. Willst du den Javeliner mitnehmen, oder hast du was? Ich hab nur Steephub. Okay, dann weiter. Ja. 90 Meter. Ja, hab ich. Hier. Er kommt sogar zu uns. Da unten sitzt du. Beide geblockt. Der eine ist nur ein Schläger bei mir. Der andere. Dann gehört der mir. Okay. Und eine Melee-Weapon. Okay. Hier wär nur ein Rucksack. Ja, ich hab auch einen Rucksack. Weiter. Guck schon mal, wo die Nächsten sind. Ähm, ja. Hier Richtung Outfitter. Ja. Das läuft schon wieder, ne? Ja. Wenn du am Anfang killst, hast du aber auch so einen krassen Vorteil in dem Spiel. Ich kann nicht verstehen, wie die das so patchen wollten. Wir machen 10% mehr Damage. Wir machen 10% mehr Damage. Haben 10% mehr Leben. So. Unter 100. Ich check. Links. Hinten. Hinten links. Da stehen sie. Ja, ich seh ihn. Ich gucke ob er links oder rechts geht. Geradeaus einfach. Nur straight geradeaus zur Wand. Du bist alleine. Eimer. Ja. So. Weiter. Keine Zeit. Halt. Wieder hoch. Wir haben uns jetzt von dem Rest weggelockt zugesehen. Ja. Wir haben mitbrannt. Ein schönes Finale. Also die anderen haben auch. Wir gucken mal was an blauen Dingern ist. Also Kisten. In den, im FPS. Ich weiß gar nicht wo hier die blaue Kiste ist. Gibt's hier überhaupt eine? Äh, erste Etage. Äh, oh Impact. Ja, dann können wir. Ja, dann können wir. Ja, dann können wir jetzt eigentlich zu gehen bevor die Midmatch Airdrop haben. Ja. Ja, ja, ja. Oh Gott, wir müssen durch den Bunker durch würde ich sagen. Oder? Sind die am Maprand? Ja. Oh nein. Ja, scheiße. Ja, du hast... Ja, ich hab die Impact. Theoretisch könnte es immer noch gehen. Guck was hier drin ist. Hier ist eine Ri... Ne, Rifle würde ich nicht mitnehmen. Rifle ist auch FPS. Du bist sicher dahin? Ja, kein... Ne, die gehen nach rechts weg. Die gehen nach rechts weg. Die waren links, aber... Die sind halt trotzdem... Denk an, die werden auch alles haben. Wenn die keine T3 haben, haben die auch irgendwas krasses. Ich höre aber auch noch nix. Ey. Ist da durchgehen sollen. Wenn die laufen jetzt... Unter 100. Unter 100, ja. Wird bestimmt der Einzelne sein. Sind da drin. Es gibt kein Einzelne mehr. Doch ist noch ein Einzelne da. Ja. Das Abbruch. Das ist der Einzelne. Natürlich, ey. Der hat mich geblockt. Kann mich aber nicht angreifen. Ich habe meinen Cleaver, glaube ich, verloren. Ich habe ihn damit zwar getroffen, aber der ist, glaube ich, runtergefallen. Nämlich Tanto. Äh, theoretisch, dann kann ich auch einen Airdrop rufen. Die kann man nicht tracken. Ja, das... Ich rufe in der Mitte in den Airdrop. Entweder kommen sie, oder halt nicht. Gut. Was hat man jetzt eigentlich mit 4 Kills? 5 bräuchte ich für... Ähm, du hast jetzt 5% schneller laufen. Langeweilig Guck, ob er mit in den Aumen schien automatic läuft. ski bernstuhl hähn Remo Ich verschwende gerade Pfeile, aber auf die Distanz habe ich auch noch nicht geschossen. Da hinten kommt der Airdrop runter von dir. Scheiße, ich habe jetzt keine Pfeile mehr, kannst du mir Pfeile aufladen? Äh, ja. Äh, oh, Hämoblast noch, mach schön. Warte, ich bring den Bogen. Hast du ja nur 3? Hm? Ich war mir gar nicht mehr bewusst, dass es nur 3 Funk kostet. Also die Pfeile gehen ja nicht. Ah, dann hätte ich sogar noch einmal aufladen können. Alles gut, ich brauche keine Pfeile mehr. Ich habe 4. Okay, ich habe jetzt T3 und Impact. Und ich habe 120 Leben. Ja, gegen T3 ist es auch irrelevant. Ich habe die doch gehört. Metall. Die sind in der Mitte. Ja, die sind in der Mitte. Wir wollen auf jeden Fall auch rein, wenn. Wir könnten irgendwas aufgebaut haben. Unten, links, unter dem Ding. Hat was hingelegt an der Stelle. Also. All right, contestants. Take a deep breath and prepare for a chokening. Head to the center arena and trigger the master gas switch. You'll soon be filling everyone's hearts and lungs with toxic fumes. It brings a tear to my eye when I see others get choked up. Get them all choked up in a chokening. Oh, der hat geschützt, oder? Du bist der Letzte. Warum willst du solche Sachen weg? Oh, der hat wieder platt gemacht. Wir haben die? Vier Kills? Ich habe drei. Das ist die Letzte. Aber neun Kills. Easy, Leute. Hört euch gefallen. Lasst ein Like. Da schaut bei der Kundin vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann noch zu. Tschau. Tschüss.